Heute Abend ist der Klimawandel Thema. Um 20.15 Uhr rückt eine hausgemachte Katastrophe ins Zentrum, Dürre in Europa. Um 21.10 Uhr sehen Sie, wie der Profitdurst Großkonzerne dazu antreibt, Wasserressourcen auszubeuten. Und auf arte.tv will eine Arztgattin ihrem Alltag entfliehen und beginnt eine Affäre mit einem Bauarbeiter in einem Film aus Frankreich.